Was heißt Islam? Was heißt ein guter Muslim zu sein? Rahmatullah über der Kette. Ihre Papiere sind abgelaufen, Sie. Alles in Ordnung, Sie können gehen. Oh Gott, ich bin in Gottes Hand, erfüll dich. Der Koran ist ein Buch über die Liebe, in Hallachs Augen, in alle Arten der Liebe. Es macht ihn erhaben. Nein, ich glaube, darf man das nicht. Das hat die Frau auch gefehlt. Ihre Tochter hat illegal ein Kind abgetreten. Gott sieht und Gott straft. Ich versündet euch von Gott, wenn ihr diesem Imam zuhört. Du musst ihn in den Griff kriegen, sonst... Was? Hast du den Verstand verloren? Du hast doch vergessen, vor lauter Offenheit und Toleranz Muslim zu sein. Mach was dir jetzt an, ist gut. Es gibt keinen Grund, außer Gott, warum haben wir das Zeit gefehlt. Schmeckt mir, ne? Jesus, was du bist. Sch! Sch! Sch!